hallo moba freunde dieses teil 3 wieder mit einer führerstand mit fahrt diesmal die rote linie von ruhrtal nach spalting auch den fahrplan habe ich dann diesmal nicht vergessen zu fotografieren und blende ihn hier ein so ich wünsche viel spaß bis demnächst und den daumen hoch wenn es euch gefallen hat danke ich habe noch keine auswahl also die das was nicht funktioniert sind die also vorne vom stelle das geht moment genau genau hinten das ähm gut signal an dem steilwand ach so ok also ja du kannst du übernehmen ja du kannst du übernehmen ja 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 es ist du kannst du auch du kannst du ja du bist du kannst du auch bei du kannst du ich du kannst du Vielen Dank. 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 Ich muss jetzt hier. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.